Herzlich Willkommen zurück bei einer neuen Episode mit Dark Souls Remastered und ich habe eine kleine Zwischenpause am Leuchtfeuer eingelegt denn wir machen uns jetzt auf den Weg zum nächsten Boss nämlich den ich weiß noch wie im englischen hieß er Moonlight Butterfly ich weiß jetzt nicht mehr wie die deutsche Übersetzung dafür ist ich gehe mal grob davon aus irgendwas mit Schmetterling aber den Rest weiß ich nicht mehr dafür müssen wir aber erstmal wieder an den Sackgesicht noch mal vorbei wann wie ich die Typen hasse ich meine alleine sind die ja echt mal kein Problem aber wenn die hier zu dritt aus der Ecke kommen dann sind sie halt mega nervig so geh weg von mir danke so hier rechts durch den Baum sind wir schon durch jetzt einfach mal versuchen so wenig wie möglich von den Typen hier aufzuwecken du da ich habe dich genau gesehen okay hier war doch auch irgendwo noch ach da liegt er da steht schon auf und da fällt auch wieder um so und letztens war da auch noch einer der sich dann irgendwie von hinten angeschlichen hat und mir voll einen in den Rücken gegeben hat das müsste dann theoretisch gesehen der da gewesen sein tja der macht es aber auch nicht sehr schön äh ach hier sind die Treppen oh warte mal was sagst du mir noch Achtung Hoffnung ach da kann ich Rufsymbol oh ich sehe ja gar nichts wer ist denn das die Hexe Beatrice brauche ich nicht wobei theoretisch gesehen bei dem Boss wahrscheinlich 110 Pfeiler habe ich noch naja kann ich die ein bisschen benutzen ist nämlich für den gar nicht mal so schlecht sonst muss man immer warten bis er runter kommt das ist nervig aber mal gucken ach der Mondlichtschmetterling eine 1 zu 1 Übersetzung also na wo ist er denn juhu ach da ist er komm schon lande lande landen sollst du äh das macht natürlich den Blödsinn aua aha daneben daneben mal wieder ja diesmal getroffen ja jetzt reicht es aber auch schon langsam dude komm runter der will einfach nicht jetzt vielleicht ne du bist ein mieser Sack jetzt mach mal irgendwas nein doch nicht sowas ach Gott wie ich die Attacke hasse oh wir wechseln die Seiten oh er landet ok ich geh mal besser wieder weg jetzt kommt Explosion schaffe ich noch einen Schlag ne schaffe ich nicht ach schön unten durchgerollt oi oi jui 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 was war denn das das wusste ich gar nicht mehr dass er das auch kann einmal bitte noch landen aua ach das ist so ein zeher Boss die Attacke gefällt mir aber um einiges besser da kann man viel besser ausweichen als wie der komischen Spam Attacke nein komm 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 wieder runter ah scheiße Explosion mal wieder toll danke ah nein scheiße ja er kommt wieder her ja hallo und jetzt bist du tot so ah was für ein nerviger Boss halt überhaupt nicht schwer aber verdammt nervig Menschlichkeit erhalten so und da oben werden wir uns jetzt noch wenn mich nicht alles täuscht uns noch eine Glut mitnehmen wenn ich endlich mal oben ankommen sollte ja hier sind wir ach ne der Kellerschlüssel oh die göttliche Glut Wachturm Kellerschlüssel und ein Heimkehrknöpfen ok ich habe jetzt ehrlich gesagt keine Ahnung mehr wo ich diesen Schlüssel benutzen kann ups mal wo haben wir ihn Wachturm Kellerschlüssel Schlüssel zum Untergeschoss des Wachtturms in der Stadt der Untoten ach ist das wo man zu Havel runter kommt das Untergeschoss des Wachtturms besteht aus einer Steinzelle Gerüchten zufolge soll sich hier ein Held in einer Hülle verwandelt haben nachdem er von einem guten Freund hier eingesperrt wurde zu seinem Besten versteht sich ja ich glaube das ist echt das wobei gut wir haben ja den Generalschlüssel deswegen ist das ziemlich unnötig denn ich glaube die Tür habe ich sogar schon aufgemacht aber naja was soll's äh so Heimkehrknochen ich laufe den ganzen Weg jetzt sicherlich nicht wieder zurück zack zack ja bitte der hat uns jetzt auch nicht so wahnsinnig viele Seelen gegeben ich habe 21.000 jetzt da kann ich mir nicht mal ein Upgrade leisten nein natürlich nicht aber wir können ja schnell mal zurück zu André der Weg ist ja nicht weit dann können wir ihm schnell die Glut vorbeibringen Hallo ich sollte vielleicht auch immer mal wieder darauf achten ob die was droppen wenn sie schon was hergeben dann würde ich das nicht unbedingt liegen lassen hm da gibt auch was her nein bleib hier oder einer oder zwei ne ich glaube nur noch einer sollte ja noch kommen ach immer diese blutroten Moosklumpen die ich nicht so ich weiß gar nicht mehr wofür die sind waren die nicht gegen Blutung oder irgend sowas ich muss mal nachgucken ja verringert Blutungszunahme brauche ich aber nicht so wirklich ich meine ist schon hilfreich bei bestimmten Bossen oder Gegnern aber werde ich wahrscheinlich nie benutzen wahrscheinlich so hallo André meine es la rare ember you have there I have seen one of those before it's the ember of a divine blacksmith might you consider leaving that with me I can produce divine weapons with a flame such as that here viste doskeana Dann können wir wieder ein bisschen reparieren, oder? Ach, reparieren wir einfach alles. So. Gucken, kann ich was verstärken? Ich glaube wahrscheinlich nicht, denn ich habe noch immer keinen Funkeltitanit gefunden. Ich könnte natürlich mal... Ne, Rüstung verstärken, da will ich hin. So, wo ist denn mein Kram, den ich ausgerüstet habe? Bin ich so dermaßen blind? Ach, da. Die Rüstung hier... Ja, würde es halt schon um einiges besser machen. Also, um einiges ist gut gesagt, aber es bringt halt schon was. Das kostet aber auch Funkeltitanit für die Rüstung. Oh, das Funkeltitanit will ich mir aber, ehrlich gesagt, für meine Waffe aufsparen. Den anderen Kram kann ich dir nicht aufbessern. Ich glaube nämlich fast nicht. Ne, kann ich nicht. Kann ich nicht. Ich könnte natürlich auch mal probieren, denn jetzt, wo ich ja ein bisschen was wieder in Konditionen reingesteckt habe, ob ich nicht eventuell mal wieder was tragen kann. Jupp, das geht. Das geht noch. Probieren wir nochmal den Helm. Wenn ich ihn finden sollte, da ist er. Ne, das geht nicht mehr. Dann bin ich schon wieder zu fett. Dann bleiben wir dabei. Okay, dann laufen wir wieder zurück. Wobei, ich könnte theoretisch wieder einen Heimgeknochen benutzen, aber äh. Für die kurze Distanz wäre das ein kleines bisschen verschwendet. Ja, und dann würde ich sagen, öffnen wir mit dem Siegel, das wir hier haben, mal die Tür. Wir könnten jetzt zwar mit dem Schlüssel, den wir bekommen haben, hier durch den Wachtturm durch und dann kommen wir unten zur Hydra und dadurch würden wir auch in den Garten kommen. Oder in den Wald oder was auch immer. Ah, wie gesagt. Dann muss ich extra an der Hydra vorbei. Müssen wir früher oder später sowieso. Aber momentan lassen wir es mal. Ist auch das hier, wenn wir hier die Tür öffnen können, um einiges praktischer. Torias Wappen benutzt. Ja, geh weg. So. So, und ich weiß auch noch, dass hier gleich ein paar megamäßige Spacken angetanzt kommen. Wo sind sie denn? Spackos. Hallo. Ah, da hinten steht einer. Da ist auch, glaube ich, ein Unsichtbarer irgendwie dabei. Ich frage mich auch noch, ob der Trick noch funktioniert. Denn irgendwie war es möglich, wenn man hier hoch geht, wenn die einen verfolgen und dann hier runter springen, dann springen die auch runter und springen einfach in den Tod. Es ist halt nur die Frage, ob das noch geht. Wen haben wir denn hier? Please no kill. Okay. So, ich lock mal den Penner da hinten an. Hallo. Hab ich dich erwischt, hä? Kommen seinen Kollegen auch angetanzt? Ja, du kannst gerne weiter gegen den Baum ballern. Da hab ich nur gereist so ein bisschen. Ach, da hinten steht noch einer. Der ist aber auch motherfucking gut getarnt. Das muss man ihn echt mal lassen. Okay. Ah, erwischt. Wo schießt denn du hin? Gut, locken wir mal den anderen an. Ja, oh Gott. Du Arschloch. What the? Okay. Der macht schon ein bisschen mehr Damage. Ein ganz kleines bisschen mehr. Ja, die Motherfucker sind halt echt nervig. Ich könnte aber echt probieren mal den Trick, dass ich ihn in seinen eigenen Tod schicke. Gut, aber wir haben ja gleich das Leuchtfeuer nebenbei. Also alles halb so wild. Das müsste dann auch gleich hier irgendwo liegen. Ja, da ist ja alles. Sehr schön. So, wo stand denn der hier jetzt nochmal? Da kommt er schon. So, komm mal hier hoch. Wo ist er denn? Hängt der da hinten jetzt echt am Baum fest? Willst du mich verarschen? Gott, bist du dumm. Oh, er weicht sogar aus. Oh, jetzt kommt er aber. Hier, komm hoch. Ach, ist er schön. Es funktioniert noch immer. Und ich glaube nämlich auch die Typen respawnen nämlich wieder. Und das ist halt dann, hat er gerade gesehen, da gibt 3000 Seelen. Und ist halt dann zum Farmen echt ein schöner Spot, kann man sagen. Ja, ja, du komm mal ein bisschen näher hier. Gut, Magier ist jetzt nicht so das Megaproblem. Also natürlich, wenn er den Scheiß hier macht. Ach, geht doch. So, war hier aber auch nicht noch irgendwo ein Dritter. Schwäche, Flucht. Ich glaube nämlich echt, hier war noch irgendwo ein Dritter von dem Sack ist ich dann. Ich habe keine Ahnung, in welche Richtung ich gerade gehe. Äh, gehen wir anderen einen Weg. Da weiß ich zumindest so halbwegs, wo ich hinkomme. War aber echt irgendwo hier, war doch noch. Ein Dritter Gegner. Oder täusche ich mich? Ne, da steht... Eins. Da stehen noch ein paar. Na, da steht einer. So, den einen da hinten wollen wir ja jetzt mal nicht unbedingt anlocken. Hey, 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 hey. Ganz cool bleiben. Ja, scheiße. Oh, ich bin ja so cool und ich heile mich, du Fuck-Gesicht. Na, scheiße. Wie ich sie alle hasse. Oh, hängst du fest, ne? Ach Gott, ich wollte eigentlich treten. Versucht er sich wieder zu heilen, du kommst aber nicht weg, denn du bist zu fett. Und zwischen der Lücke durchzukommen. Tja, und das ist dein Tod. Hm, schon blöd, wenn man hier nicht durchpasst, hm? Man muss halt ein bisschen seine Umgebung im Blickfeld behalten, wenn man das mal so sagen kann. Ich bin aber auch zu fett. Ne, doch nicht, ich passe sogar durch. Wenn ich den richtigen Winkel nehme. Ach, hat doch gerade funktioniert. Na, scheiß drauf. Dann halt nicht. So, und jetzt ist noch der eine da hinten. Na, dann komm mal her, Mr. Axtmann. Ah, daneben. Schon wieder daneben. Au, der tritt mich. Das finde ich aber nicht cool, mein Freund. So, jetzt hätten wir 29.000. Das würde eigentlich reichen für einen neuen Level. Aber hier müsste er eigentlich... Ja, da ist Katzi. Hallo. Hallo. Ja, da ist es nicht so, dass du art nie? Du fährst gut zu finden. Aber kommst du nicht für die Grabe von Sir Artorius? Ja, die hat doch jetzt nicht mal eine Frage gestellt. Was soll ich denn da jetzt antworten? Ach, ja. Ach, ja. Ach, ja. Ja, das ist doch nicht so, dass du ein wunderschönst. Aber trotzdem fühle ich mich für dich. Ich bin Alvina des Darkroot-Woods. Okay, ein neuer Eis, ach, den nehm ich einfach mal mit. Ist ja sowas von scheißegal, das ist wiederhin so ein Multiplayer-Dingsbums, das mich jetzt nicht so megamäßig interessiert. Aber naja, vielleicht bekomme ich ja irgendwas von dir. Einfach alles mitnehmen. Der Katzeneitering. Der Katzeneitering. Okay, mehr erzählt sie mir nicht mehr. Gucken wir uns mal den Ring an. Ein Ring, der nur Waldjägern ausgehändigt wird. Antwort auf Alvinas Beschwörung. Die weiße Katze Alvina beherrscht die menschliche Sprache und lebt seit dem Beginn des Zeitalters des Feuers. Sie war eine enge Vertraute von Ritter Artorias und dem großen grauen Wolf Sif. Ja, gut, die beiden werden wir sowieso noch treffen. Sif zuerst, der ist gleich da hinten irgendwo. Und Artorias, oder irgendwie so, den halt später dann. Ist hier irgendwo irgendwas? Ich weiß jetzt momentan auch nicht mehr so wirklich, ob hier in dem Gebiet irgendwo nochmal ein Leuchtfeuer war. Und wie gesagt, vorne kommt ein Boss. Und ein Leuchtfeuer davor wäre halt schon mega geschmeidigt. Die Steingerüstung, naja. Brauche ich auch nicht mehr so unbedingt. Ach ja, stimmt, da sind die Pilzmenschen. Will ich mich mit denen anlegen? Nicht so unbedingt. Denn Pilzmama und Papa da hinten, die können schon wahnsinnig stark zuhauen. Und ich höre irgendwelche Geräusche. War das von den Kleinen? War bei denen da hinten nicht auch ein Item irgendwo? Hallo Pilzis. Hallo. Na ja, da ist eine Kiste drin. Oh, da kam doch mich zu. Na, geh weg. So, ey, ich habe nichts gegen euch. Ich will nur gerne die Kiste öffnen. Na Gott, geh weg von mir. Jetzt läuft er mir echt nach. Ich will euch doch gar nichts tun. Oh Gott, ey. Na gut, wenn es denn sein muss. Noch ein zweiter Schlag. Ja, die halten schon einiges aus. Na, komm. Oh nein. So, ey, den Kleinen will ich gar nichts tun. Ich möchte auch dir gar nichts tun, aber... Wenn du mich nicht vorbeilässt... Scheiße. Au. Nein. Oh Gott, das war knapp. Da kommt noch ein zweiter Schlag. Ah, scheiße. Muss auch ein bisschen aufpassen, dass ich nicht zu weit nach hinten laufe. Denn ich glaube, da ist irgendwo gleich der Abgrund in der Nähe. Na, wobei ist doch noch ein Stück. Natürlich kommt noch der zweite Schlag. Natürlich. Was geht sich noch aus? Nein, doch nicht. Scheiße. Jetzt aber. So. Einer hin. Tausend Seelen. Ach, aber das wollte ich doch gar nicht. Hupp, der hat was dabei. Bleib liegen. Bleib liegen. Goldharz. Danke. Okay, jetzt muss der große Dicke Nummer 2 noch weg. Dann können wir die Kiste öffnen. Und ich glaube, dann werde ich echt mal... Denn man sieht da hinten schon so ein bisschen, wenn man so durch den Wald guckt, da hinten, dieses... Dieses Licht. Da ist der Boss. Sorry, ich habe gerade deinen Kollegen erledigt. Tut mir echt wahnsinnig leid, aber... Wenn ihr mich nicht an die Kiste ranlassen wollt, dann muss das eben sein. Ein zweiter Schlag? Nee, doch nicht. Jetzt kommt ein zweiter Schlag. Huiuiui. Oh Gott, wie sich das immer so knapp ausgeht. Kann ich backstabben? Keine Ahnung. Na, ich hoffe, das war... Dumm war das. Dumm war das. Scheiße. Scheiße. Ich hätte gedacht, der zweite Schlag geht sich noch aus. Aber das war wohl nix. Auch jetzt aber. Nochmal ein Goldharz. So, und dann nehmen wir noch die Kiste mit. Sollte ja theoretisch gesehen... Nein, keine Mimik. Die blaue Glut. Ja, sowas aber auch. Kann ich die auch gleich zu André bringen? Naja, gut. Wie gesagt, ich werde jetzt sowieso nicht zum Boss gehen. Vorher möchte ich wahnsinnig gerne meine 31.000 Seelen ausgeben. Aber ja, hier wären wir dann... beim großen Tor. Und dahinter wartet Sif. Der graue Wolf. Aber wie gesagt, den werden wir wahrscheinlich machen in der nächsten Episode. Oder ich werde mich jetzt jedenfalls mal zurück teleportieren. Oh, ist der Heimkehrknochen? Da. Ja, bitte zurück. Gut, dann können wir eigentlich in der nächsten Episode dann... Wie gesagt, ich werde es noch aufleveln. Dann können wir... die Glut, die wir gerade gefunden haben, zu André wieder bringen. Der kann damit sicherlich ein bisschen mehr anfangen als wir. Und ja, dann werden wir wahrscheinlich wieder den Boss ausprobieren. Aber wie gesagt, das alles dann erst in der nächsten Episode von Dark Souls Remastered. Und bis dann sage ich Tschüss. Auf Wiedersehen. Und man sieht sich.